Das flächendeckende Elektro-Tankstellennetz im Kanton Obwalde haben wir im Jahr 2014 gestartet. Wir hatten eine Vision, dass wir eine der ersten Kantone sind, in der wir innerhalb von 15 Kilometern öffentliche Elektro-Tankstellen zur Verfügung stehen. Das Thema der kombinierten Mobilität, das uns schon lange beschäftigt, ist ein Thema. Und so konnten wir mit dem EWO zusammen einen tollen Partner finden, mit dem wir die Zentralbahn und den Parkplatz zur Verfügung stellen konnten. Und mit dem EWO haben wir den Profi im Bereich der Elektromobilität. Das Wichtige in der Zusammenarbeit ist, dass die Zentralbahn den Parkplatz zur Verfügung stellt, dass man zentral am Bahnhof ist. Und der KUM sehr schnell kommt, steigen auch auf den Zug. Und wir von unserer Seite stellen die Infrastruktur zur Verfügung, den Strom und natürlich 100% erneuerbare Energie, dass der KUM jederzeit tanken kann. Die Kommunikation war sehr wichtig in unserem Projekt, damit wir möglichst viele Einwohnerinnen und Einwohner erreichen konnten und dieses Projekt bekannt machen und dass sie wissen, dass sie den ganzen Kanton ihr Auto laden können. Wir kommunizieren auf verschiedensten Ebenen, zum Beispiel über Kundenzeitschrift, über Rechnungsbiläge, dann über unsere Webseite, wo wir extra einen Bereich haben für die Elektromobilität. Wir nutzen auch Messen, Gewerbeausstellungen und dann gibt es auch spezifische Veranstaltungen extra für die Elektromobilität, wo wir speziell auf unser Angebot hinweisen und auf die Lademöglichkeiten. Unseren Kundinnen und Kunden versuchen wir einen ganz einfachen Zugang zu ermöglichen, zu der Bahn, an den Haltestellen, das heisst, dass wir einen Parkplatz zur Verfügung stellen im Bereich Park & Rail und natürlich mit der Elektromobilität eine Elektro-Tankstelle, die ein einfaches Aufladen von Ihrem Elektrofahrzeug ermöglicht. Die Zentralbahn hat im gesamten 26 Haltestellen im ganzen Streckennetz, davon neun im Kanton Obwalde, sechs davon haben wir ausrüsten mit Elektro-Tankstellen zusammen mit EWO und das Ziel wäre natürlich, dass in den nächsten Jahren die eine oder andere neue Halterstelle dazu kommt. Mit unserem Know-how und der Zusammenarbeit mit der Zentralbahn bin ich überzeugt, dass wir im Kanton Obwalde eine Leiderfunktion im Bereich Elektromobilität übernehmen würden. Beideein und Beideein und Beideein und Beideein und Beideein von der EWO-Tankstelle